Hallo Leute, herzlich willkommen auf den Kanal Stano Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde Supermarkt Simulator. Beziehungsweise Supermarkt Simulator. Ich würde sagen, wir gehen hier auch mal direkt rein und wir sehen hier gar nichts. Ich sollte auch mal oben machen tatsächlich. So, wir haben in der letzten Folge Thunfisch gekauft. Ich glaube, das müsste Thunfisch sein, ja. Haben gekauft. Ja, ich selber mag keinen Thunfisch. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Thunfisch mögt. Wir haben ja auch eigentlich alles eingerichtet. Wir müssen eigentlich nur auf Kundschaft warten. Das ist cool. Ah, hier ist Thunfisch, genau. Packen wir einfach mal dahin. So, wir können außerdem erstmal gucken. Also, wir haben aktuell keine Aufgaben mehr. Wir haben alle irgendwie abgeschlossen. Ja. So, wir haben hier noch ein Paket Dingsbums. Also, ich habe nicht die Vollversion, deswegen kann ich nur noch das kaufen. So. Zwei Days left. Achso, in zwei Tagen muss ich das bezahlen. Okay. Ich glaube, das zieht der selber ab, oder? Guten Tag erstmal. So, sie haben aber eine schöne Glatze da. So, 24, äh, 35 Cent. Boah, genau. Passend. Perfekt. Also, von mir meine ich. So, wir müssen auf jeden Fall mal gucken. Also, wir haben hier noch eine Section 2, die können wir uns kaufen. Und danach noch diese Lizenz. Ich würde sagen, wir kaufen erst die Lizenz, oder? Keine Ahnung. 5, 6, 70 Cent, 50, 60, 70. So, bitte sehr. Bitte sehr. So. Wollen wir... die Section 2 eigentlich schon kaufen? Dann sieht das kacke aus. Egal. Ich glaube, wir kaufen uns die gleich. 86 Cent wieder. Oh. Bitte sehr. Danke. So, 40 Cent, 10, 90, 30, 40. So. Hey, was ist das eigentlich für ein Geräusch? Wartet kurz, Leute. Das sind einfach Züblinge. Oh. Äh, 10, 20, 30, 40, 41. So. Okay, ich muss mal kurz was gucken hier eben. Ah, ich habe keine Ahnung, von was das ist. Egal. So. Wir kaufen jetzt erst mal nichts, weil wir haben noch alles. Das ist okay. Dann können wir uns jetzt tatsächlich das hier kaufen. So, jetzt haben wir von denen hier alles. Jetzt können wir nur noch eine Lizenz kaufen. Und dann haben wir sogar fast schon das Spiel hier durchgespielt. Wir müssen jetzt noch auf 475 Dollar warten. Also, es könnte sein, dass eventuell das hier schon die letzte Folge wird. Oder aber die nächste Folge dann die letzte ist. Mal gucken. Weil eigentlich habe ich im Prinzip schon alles hier gekauft. Wir können jetzt hier sehen, da geht es jetzt hier dann noch nach da hinten. So. Öh. Das ist einfach zu mir gegangen. Okay. Ich würde sagen, wir machen das sogar drehen, ne? Okay. So. Kann man das hier auch noch da hinten so hinstellen? Na, das geht nicht. Okay. Dann halt nicht. So. Aber dich kann nicht hier hinstellen. Dann stelle ich dich nämlich da hin. Wenn ja nicht dieses blöde Paket wäre. Sorry, Leute. Ich komme gleich. Ich habe hier gerade nur Probleme mit diesen blöden Regalen. So. Okay. Zack. Zack. Sechs Cent. So. Er hat es sogar passend. Geil. Danke. Du hast es auch passend. Geil. Danke. Sag mal, bist du milchabhängig oder was? Du hast es natürlich wieder nicht passend. Eins, zwei, vierzig, fünf, sechs, äh, sechs, sieben, so. Zack, 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 zack. Der hat es passend. Du kaufst zwei Milchdinger. Okay. Sorry, dass du so arm bist und Milch kaufst. So. Jetzt sind wir auch schon wieder fast leer. Ja, also, wir brauchen einmal Milch, Wasser. Milch und Wasser. Milch und Wasser. Milch und Wasser. Also Milch und Wasser. Dann brauchen wir Pasta, oder? Ja, Pasta. So, dieses grüne, grüne, komische Zeug. Das hier. Ähm, Öl. Wo ist denn Öl? Öl brauchen wir. Ja, Öl. Öl, wo bist du? Da bist du mein Öl. So. Kaffee haben wir eigentlich noch, ne? Öl. Ja, Cornflakes haben wir auch noch. Pasta, Eier. Eier brauche ich. Oh, und dieses Thunfisch jetzt. Okay, Eier noch. Eier und Thunfisch. Das hier, so. Ah, und Toilettenpapier fehlt. Kommt auch rein. So. Jetzt kassiere ich die Leute aber erstmal hier ab. Weil sonst warten sie hier noch ewig, so. 10, 20, 30, 1, 2, so. Danke für die Blumen. 10, 20, 1, 2, so will sie ja. Ja, sorry, dass du keinen Thuner finden kannst, ja? Geh in den anderen Laden, wenn du unbedingt die Kacke haben willst. Die schmeckt eh nicht. Also, ich mag keinen Thunfisch, deswegen sag ich das so. Natürlich kann jeder essen, was er will. Ihr kennt das Sprichwort. So, kurz mal hier Licht angemacht. Da hinten gibt's kein Licht, da braucht kein Licht. Da braucht es kein Licht geben, so. Stellen wir das hier mal kurz noch, dann können wir das irgendwie noch alles hier einrichten. Denn, egal wer jetzt da dran geht, ich mach nichts. So, nein. Du warten jetzt. So, Thunfisch. Jetzt hab ich schon zwei Packungen, ey. So, Milch natürlich. Hätte ich mal zwei mitnehmen müssen, ich trottel. So, Wasser. Weiß grad nicht, warum da Wasser eigentlich überhaupt drin ist. Egal. So, passt da. Die ist hier unten immer. Okay, es ist schon relativ dunkel da. Aber egal. So, dann die Eggs. So. Zack. Dann noch einmal dieses grüne komische Zeug. So. Und dann noch einmal Öl. So. Denn Öl ist überlebenswichtig. So. Oh. Upsi. Ich glaub, ich hab die ein bisschen zu lange warten lassen. Aber egal. Bitte. Bitte. Ja, die Milch ist jetzt da. 22 Cent kriegst du zurück. Hatte irgendwas gesagt? Ich weiß es nicht. Äh. Eins, zwei. Und 70, 50, 60, 70. Oh. Ja, hab ich hier das passen gegeben? Ich weiß es nicht. 50, 60, 70. Eins, zwei, drei, vier. Bitte sehr. Und du mit deinem Toast. Du kriegst natürlich auch noch. Warte. Ja. 23. 16. So. Jetzt hau ab. Aus meinem Laden. Danke. So. Wir haben insgesamt Kunden 27. Wir haben anscheinend 762 Dollar gemacht. Was ziemlich gut ist. Und die Milch ist teurer geworden. Und noch irgendwas. 3,95. Ist das richtig? 3,95. Ist richtig. 3,31. So. Geht mal weg, ihr blöden. Äh. Tun wir schuldige Dinger. So. 8,19. 3,20. 2,61. 6,62. 3,42. 6,7. Äh. 6,34. 3,78. Ab 78. Bruder, ich kann nicht mehr zählen. 37,1. 1. So. 5,87. 3,86. 3,39. 4,98. 6,42. Und 6,56. Okay. So. Jetzt müssen wir einmal hier noch dieses komische... Was war denn das jetzt nochmal? Äh. Ich hab vergessen, was das war. Ach, meh. Das hier brauchen wir noch. So, zack. Mal kurz kaufen und auch mal öffnen, würde ich sagen. So. Okay. So. Zack. Ach, hier ist ja auch noch grünes Zeug. Und was ist das? Das. Ah, okay. Hö, seit wann sind die so groß? Egal. Okay. Hier haben wir auch nochmal Wasser drin. Ich würde sagen, wir machen hier einfach das Wasser rein und fertig. So. Haben wir jetzt noch Tonfisch und da sind schon wieder vier weg. Zack. Oha, jetzt kauft mal einer Chips. So, 32, 10, 20, 30, 1, 2. So, bitte sehr. Okay. So, du kriegen 8. Wieder zurück. 10, 20, 5, 6. So, bitte sehr. Schönen Tag noch. Auch mal selber zu mir sagen. Also, wir könnten im Prinzip die Lizenz noch nicht kaufen. Aber ich glaube, in der nächsten Folge ist, glaube ich, das letzte Mal. Also, die letzte Folge von diesem Spiel, weil dann kann ich ja nicht mehr spielen. Habe ich ja im Prinzip schon alles. So. Oh, die Hanuta ist leer. Ja. Kornflakes kaufe ich auch nochmal nach. Okay, Hanuta und diese komische Kornflakes. Das da und diese Butter. Ich sage immer Hanuta dazu. Sorry. So. Okay, dann einmal. Oh, ne. Nicht da rein. Hä? Ach da. Jetzt verwirrt, wo die hin muss, ey. So. Und die Kornflakes. Die kommen hier rein. So. Perfekt. So. Moin, moin. So, 1 Cent kriegst du wieder. Zack. 11. Junge. 11 Euro kriegt die einfach wieder zurück. Mit was hat die bezahlt? Der hat es wenigstens passend. Danke. Du schon wieder nicht. Bitte sehr. So. 462 Dollar. Muss ich noch. Ja, habe ich gerade, meine ich. So. Aber ich würde auch sagen, das war es erstmal mit dem Video, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord-Soft vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen Traum auf den Tag. Haut rein, Leute. Euer Sandu. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.